Akt 4 Dark Secrets Akt 4 Dark Secrets oh Gott! Mutti? Was fragst du? Muts, mach mal einfach die Tür zu Kannste nicht... Jetzt sag ich nicht wirklich rein oder? Ich will da nicht rein, aber das ist halt... schöne Frise halt Mutti, ich geh mal woanders hin Ich denke mal, dass wir das weg nicht ausmachen dürfen. Teuflische Todesmasken, super. Das ist aber wirklich eine schöne Kinderzermata. Schöne Kinderzermata. Hier muss ich eine Falle für die Monster abstellen. Aber dafür brauche ich eine Glocke und ein Seil. Hier war ein Seil. Take it. Oh Mann, warum ist das nicht immer so scheiße? In dem Zimmer von Mama war, glaube ich, eine Glocke. Das ist ja super. Das ist ja super. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, Benni, Alter. Oh, bitte. Nein, wat, wat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Mutti. Lass mich hin. Wo war denn jetzt hier eine Glocke? Liegt da vorne das Rote? Da, nee, das ist nagellack, oder? Da ist die Glocke. Ja, na dann. Lass mich, lass mich einfach, Mutti. Lass mich einfach. Hier, komm mir einfach bloß die Glocke und bin weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich vertotet unterm Bett. Nein, nein. Nein, 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 wartet nicht. Kann ich hier über das Bett? Oh, nee. Du musst, du musst dann hier vorbei. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Benni, mir ist echt nicht wohl bei dem Spiel. Wirklich, das ist mir wirklich. Das geht mir ganz schön an die Substanz. Aus mir. Oh. 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 Muss erst mal zu berühren und erst mal ne Wanne machen. Ah. Nein, ich mach keine Wanne. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich könnte ne Wanne einlassen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nein. So. Ich mach mal einfach ne. Oh. Alles fertig. Ich muss zurück in mein Zimmer. Ja, ich will einfach zurück in mein Zimmer. Los. Komm, mach Tür zu. Los. Ihr Bett, schlafen und aus Ende. Verfatzt da. Oh. Ja. Ich mach mal ein Flashlight an. Oh. Oh Scheiße! Guck mal hier? Oh geil, Klon! Guck mal, wir haben Monster gefangen! Retorn wir uns! Ach, wo ist das? Ohje! Ohje! Ähm... Ja! Vielleicht auch nicht! Alter! Ist das sch... Alter! Alter! Das ist schon echt übel intensiv jetzt hier! Was zur Hölle geht denn hier ab, Alter? Aha! Ja! Und wir sind wieder im Keller! Okay, also wir haben unsere Mutter getötet! So, das sieht doch erstmal nicht schlecht aus, Alter! Okay... Haben wir jetzt wirklich unsere durchgeknelte Mutter getötet? Und vernageln wir jetzt hier hinter der Wand, oder was?